Hallo zusammen, mein Name ist RagingRaptor.de und ich begrüße euch zu einem neuen World of Tanks Vorschau-Video. Und zwar heute schauen wir uns den MTLS 1G14 an. Und wie ihr sehen könnt, der Panzer existiert ja eigentlich schon in den Game Files oder ist auch schon Part des Spieles. Nur er wird abgeändert, denn im jetzigen Zustand ist er ein bisschen komisch. Er hat einen 10 Schuss Autoloader, also ein Magazin mit 10 Schuss drin und jede der Kanonen hat je 5 von diesen 10 Schüssen drin. Nun ja, es ist eigentlich auch der erste Panzer mit 2 Kanonen im Spiel. Und jetzt hat Wargaming den mal ein bisschen überarbeitet von den Supertest-Stats her und jetzt steht auch wirklich, dass er 2 Schüsse hat. Und nun möchte ich euch oder mit euch auch diese Statistiken oder diese verändernden Stats mal anschauen. Und was hat eventuell Wargaming vor mit diesen Veränderungen? Und ja, wie ihr immer noch hören könnt, mein Hals ist noch nicht perfekt. Darum, es tut mir leid, wenn ich da hier und da mal kurz ein wenig husten muss. Nun ja, der Panzer ist, wie ihr sehen könnt, ein Stufe 3 leichter Panzer von den USA. Er hat 230 Hitpoints anstatt von den 52, die er hatte. 240 Pferdestärken und ein Gewicht von 15,4 Tonnen. Die Maximalgewicht, das er tragen könnte, ist 17,35 Tonnen und die Pferdestärken pro Tonne Verhältnis ist 15,51, was eigentlich ziemlich gut ist. Die Maximalgeschwindigkeit wird gebufft auf 55 Kilometer pro Stunde und 20 Kilometer pro Stunde rückwärts. Wanddrehgeschwindigkeit ist 40 Grad pro Sekunde und Turmdrehgeschwindigkeit 46 Grad pro Sekunde aufgerundet. Die Terrain Resistance, das sind eigentlich ziemlich gute Werte mit 1, 1,2 und 2,5. Leider wird jedoch die Sichtweite von 320 auf 280 Meter runtergenervt. Das ist schon ein ordentlicher Nerf, weil ja, 280 Meter ist extrem wenig. Aber gut, ist auch Stufe 3 Panzer. Und ja, die Radio Range no one cares about. Suer Panzerung Die Panzerung, wie sie es aussieht oder wie es, ja, wie es hier steht, ist, sie wird sich nicht arg damit verändern. Weil, ja, die Panzerung ist eigentlich von Stufe 3 Panzern, hätte ich jetzt gesagt, mehr oder weniger gut genug. Wieso? Vor allem auf Stufe 3 habt ihr viele von diesen kleinen, aber feinen MG-Panzer, auch von Stufe 2 nach. Und die werden schon arg ihre Probleme haben, durch eure fast 40 Millimeter Panzerung durchzukommen. Das kann man hier noch auch gucken. Wir können uns das mit dem PZ-1C oder Panzerkampfwagen 1 Ausführung C anschauen. Welcher ja 33 Millimeter Durchschlagskraft hat. Das heißt, sobald ihr ein bisschen anwinkelt, dann, gut, anwinkeln bringt eigentlich nicht so viel. Aber 33 Millimeter Durchschlagskraft gegen 38 Millimeter Panzerung, ja, das wird schon ein bisschen schwieriger. Und wenn wir uns jetzt noch dazu entscheiden, diese spicy 10 Grad negativen Kanonenrichtwinkel zu kriegen, dann können wir bis zu 40 Millimeter hochkommen. Und der Turm, der ist teilweise auch ziemlich stark. Alleine schon, weil es hier diese Rondellen ja klar, diese Rondellen machen es einerseits schwächer, weil man genau hier hin trifft, aber sobald man ein bisschen weiter weg trifft, dann wird man ziemlich schnell mal bouncen. Und siehe da, dieser Teil hier ist auch Teil des Damage Models. Die Seitenpanzerung, die ist auch ordentlich mit 25 Millimeter für einen Stufe 3 Panzer. Es gibt eigentlich keine Stelle, hätte ich jetzt gesagt. Warte mal, 12,7, 24, 36, also etwa, 36, ja, 40 Millimeter, also Panzer wie mit der 40 Millimeter Pompom, der, glaube ich, der Cruiser hat, den können wir uns, glaube ich, kurz angucken im Decktree. Ups, wo ist der Briten? Da sind die Briten. Der Cruiser Mark IV war es da, die 40 Millimeter Pompom. Die hat an gewissen Stellen Auto-Bounce, äh, Entschuldigung, Auto-Pen. Und zwar zum Beispiel hier hat sie Auto-Pen, hier, hier und hier, wenn ich die nicht verrechnet habe. Aber ansonsten, Panzerungsmüssig eigentlich gar nicht so schlecht. Aber nun schauen wir uns doch mal an, was sich denn jetzt ganz genau bei der Kanone verändert hat. Und ihr könnt sehen, es wird plötzlich im Spiel angezeigt, dass es 40 mal 2 ist, vom Schaden her. Und der Schaden bleibt gleich, die Durchschlagskraft bleibt gleich, aber die Schussfrequenz geht runter von 36 Schuss pro Minute auf 23 Schuss pro Minute. Und darum verliert er auch 500 DPM. Und das ist schon ziemlich viel. Also ich glaube, auch der Panzer war früher mal ziemlich OP. Dafür geht aber die Nachleitzeit eures Magazins von 15 Sekunden auf 4,6 Sekunden runter. Und ihr könnt sehen, ihr könnt eigentlich beide Schüsse oder beide Kanonen in einer Vergrenzung von 0,5 Sekunden abschießen. Also, ja, einen ordentlichen Burst von 80 Schaden. Und ihr könnt sehen, Schuss im Magazin sind 2, Genauigkeit wird sogar noch gebufft von 4,6 auf 4,0. Einzelzeit von 1,6 auf 1,4 und negativer Kanonerechtwinkel von minus 10 bleibt. Nun ja, das ist eigentlich ziemlich interessant. Sie wollen eben, wie ihr sehen könnt, die Kanonen schießen nicht gleichzeitig. Sie schießt mit einer kleinen, ja, kleinen Differenz von 0,5 Sekunden. Aber, das ist mehr oder weniger ziemlich genau gleich schnell. Und das finde ich interessant, dass sie in den Stats genau angeben, dass es 40 mal 2 ist. Nun ja, der Panzer, der wurde mir auch gesagt, dass der nur an Super-Tester oder Presse-Accounts und Wegestars-Accounts only ausgegeben wurde. Es gibt auch hier und da mal ein paar Videos von zwei Jahren, wo dieser Panzer gespielt wurde auf solchen Presse-Accounts. Leider im Spiel drin ist er nicht mehr. Also, wenn wir hier zum Beispiel probieren, den rauszuschnüffeln mit Compare, also vergleichen, können wir hier angeben, Stoffe-3-Panzer, jetzt haben wir die Deutschen, dann die Russen, meine Amerikaner, wir haben den M2, Locust, M3 und das war es dann auch schon. Also, ihr seht, der MTLS ist nicht mehr im Spiel. Finde ich eigentlich ziemlich komisch. Aber ja, der Panzer wird so abgehendet, dass er eigentlich eine richtige Zweischusskanone hat. Und was bringt uns diese Zweischusskanone? Ich habe schon ein paar Mal darüber geredet, es gibt die Idee, dass man die IS-4 wieder zurück auf Stufe 9 runterbringt, weil die IS-4 einfach nicht gerade so der Lüx ist, um den ST-2 auf Stufe 10 zu bringen. Was ist der ST-2? Wir sehen können, der ST-2 ist ein ST-1 oder ST-I, wie manche Leute auch sagen, aber es heißt ST-1 mit einer Kanone, beziehungsweise mit zwei Kanonen. Und ziemlich interessantes, wie soll ich sagen, Schema, wenn man sich das so überlegt. ST-2 mit zwei Kanonen. Und das könnte eigentlich auch ins Spiel so mit reinkommen. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser neue MTLS ein Proof of Concept ist, also eigentlich eine Idee oder zu gucken, ja, wie fühlt sich das denn genau an. Ich bin ziemlich gespannt, weil es gibt viele Leute, die gerne den ST-2 sehen möchten. Und wenn man den ST-2 ins Spiel reinbringen würde, dann würde es zum Beispiel auch die Möglichkeit geben, dass man bei der Maus die zweite Kanone auch benutzen könnte. Was ist die zweite Kanone der Maus? Wenn man bei der Maus hingeht, dann werdet ihr sehen, dass sie hier noch eine, glaube ich, 7,5 cm Kanone hat. Und, ja, diese 7,5 cm Kanone, die muss nicht enorm stark sein oder enorm viel Schaden machen wie im Halloween-Event. Aber, wenn wir uns mal angucken, was zum Beispiel so eine 7,5 cm Kanone machen könnte, wir nehmen jetzt mal an, wir nehmen jetzt diese hier. Ja, 110 mm Durchschlagskraft, das kann trotzdem gebraucht werden, um zum Beispiel eine Butt-Shot zu pennen bzw. zu detracken. Und man darf auch nicht vergessen, jede dieser Kanone hat immer noch Modulschaden. Man müsste dann jedoch den Modulschaden ein bisschen überarbeiten, aber wir müssen noch ganz kurz gucken, was die genau für eine Zweitkanone hat. Das wäre ziemlich interessant. Warte mal. Vielleicht steht das hier. Bewaffnung. 7,5 cm KBK 44 L36. Okay, 45 L36. Gibt es die überhaupt jetzt so im Spiel? 48. 7,7. 44 L36. Äh, habe ich es überhaupt richtig gesagt? Doch, L36. Huf. Mal gucken. Vielleicht ist sie bei einem Panzerzerstörer. Hm. Ne, die kriegen dann schon zu große Kanonen. Vielleicht noch bei der Stuck. Ne. Also, so wie es aussieht, ist diese Kanone, diese 44 L36, nicht im Spiel. Aber ich denke jetzt mal, wenn es eine 36er Länge ist, dann wird sie nicht gerade so stark sein. Vielleicht eben das sowas ist. Das ist ja dann eher wieder eine Haubetze. Hm. Ich weiß nicht. Es ist ziemlich schwer zu denken oder zu erklären, was das sein könnte. Also, die Kanone müsste somit eigentlich neu ins Spiel reingebracht werden, weil vom Namen her gibt es sie momentan nicht. Aber wenn sie zum Beispiel nur 100 Schaden macht, aber irgendwie so 200 Millimeter Durchschlagskraft hat, dann können wir sich schon überlegen, ja, würde sich das überhaupt lohnen für im Spiel. Und ich denke auch, dass das eigentlich gar nicht so ungeschickt war, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob der EN 100 das auch hat, weil eigentlich sind ja hier die Viewports. Das könnte eigentlich auch eine Kanone sein. Ähm, theoretisch hätte das der AMX-30B auch. Also, das ist aber eine dicke 12,7 Millimeter Maschinengun. Darum ja auch das Ding. Ähm, man könnte es aber auch brauchen, wenn man das gute Durchschlagskraft gibt oder ordentliche Durchschlagskraft gibt, aber wenig Schaden. Nun ja, Leute, was haltet ihr davon? Ich bin mir gerade noch überlegen, was es sonst noch für Panzer gäbe, die von dem profitieren könnten. Ähm, ich glaube jetzt eigentlich kein Panzer mehr, der mir jetzt gerade so einfallen würde. Hier beim Durchscrollen auf Stufe 10 immerhin. Ja, ich danke euch für das Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Und was haltet ihr davon? Was haltet ihr von Panzern mit mehreren Kanonen? Oder, ja, nicht mit mehreren Kanonen, doch mit zwei Kanonen, die ihr gleichzeitig schießen könnt. Ich finde, es würde ziemlich interessant werden, wenn das Wargame ins Spiel reinbringen würde. Wir dürfen ja nicht vergessen, dieses Jahr kommen die Polen und die Italiener. Vielleicht bringen die Italiener schon diese neue Mechanik ins Spiel. Man weiß es noch nicht. Ansonsten danke vielmals fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Glückwunsch. Bis zum nächsten Mal.